Ich bin die Valerie Holunder und ich habe im Jahr 2013 zusammen mit meiner Mama die Bürgerinitiative S-Bahn-Stadt gegründet. Und ich bin Uschi Holunder, Mitbegründerin und Hauptverantwortliche der S-Bahn-Stadt. Was treibt mich an, hier mitzumachen? Mich fasziniert die Lebendigkeit, die ich hier fühle, im Wechselspiel mit der Natur zu gestalten. Das möchte ich gern mithelfen zu bewahren und anderen Leuten zugänglich zu machen. Es ist die Basis unseres Lebens hier auf der Erde und auch die Basis unserer Nahrung. Inzwischen liegt mein Schwerpunkt im Mitmachgarten. Hier haben wir einen naturnahen Garten aufgebaut, der sich am Leitbild der Permakultur orientiert, seit 2017. Der Garten in Waldkirch ist ja auch sehr prominent gelegen an dem Spazierweg und durch das Grundstück laufen einfach sehr viele Menschen, die so wie ich vor zehn Jahren noch nie was mit dem Gärtnern zu tun hatten. Es liegt mir besonders am Herzen, mit dem Garten einen inspirierenden Ort zu schaffen. Einen Garten zum Mitmachen für alle, einen Lernort und nicht zuletzt einen Ort der Begegnung und des Feiern. Mein erster Kontakt mit der Essbaren Stadt war die Frage, ob eben dieser Mitmachgarten auf dem Gelände Stadtrhein 2 entstehen kann. Es gab davor einen Bürgerbeteiligungsprozess mit vielen guten Ideen und die Mitglieder der Essbaren Stadt haben ihre Idee gleich direkt selbst in die Hand genommen. Gerade mit Blick auf den Mitmachgarten am Stadtrheinsee ist ein wunderbarer Anlaufpunkt geschaffen worden, der nicht nur einfach so da ist und vielleicht mal freitags zum Mitgärtnern einlädt, sondern es ist auch ein informativer Garten geworden. Ich bin vor zwei Jahren mal selbst mit den Kindern das erste Mal wirklich durchgelaufen. Was da an Infotafeln ist, an einzelnen Erklärungen zu den Pflanzen, das war spannend für die Kinder, aber ich gebe gerne zu, ich habe auch selbst noch was gelernt. In unserem Garten bauen wir nicht nur Gemüse an, sondern eben auch diese wunderbaren Heil- und Wildkräuter und verschiedene Sorten von Beeren, wo jeder nehmen darf. Auch die vielen Insekten, die hier sind, sind für uns wichtige Mitarbeiter. Die Insekten helfen uns, dass die wunderbaren Pflanzen hier und das Gemüse und das Obst überhaupt zu Gemüse und Obst wird. Unsere Gemüsevielfalt ist genauso großartig wie unsere Wildkräuter-Heilpflanzenvielfalt und zwar deswegen, weil wir auch darauf achten, alte Sorten hier auch anzusiedeln. So wie jetzt mir wichtig ist bei den Kräutern, dass eben auch bedrohte Pflanzenarten wie das Tausendgrüdenkraut hier Heimat finden und so ist es uns auch ein Anliegen, dass eben auch seltene Gemüsearten hier Heimat finden und auch, dass die Besucher, die hereinkommen, staunen können und sehen ja, wie eigentlich das wächst, was wir essen. Vieles ist auch durch die tollen Kooperationen entstanden, zum Beispiel mit der Klappe 11, mit der Waldkircher Beschäftigungsinitiative, mit dem Jugendforum, mit der Stadt Waldkirch, mit den Ackerrackern, der Naturgruppe, Pfiffikus-Kindergarten. Besonders toll finde ich, dass der Mitmachtgarten durch die vielen unterschiedlichen Ideen und Kompetenzen der Mitmacher ein ganz eigenes, buntes Gepräge erhält, zum Beispiel das Weidentor, der Lehmofen, die Trockenmauer, die Beete der Ackerracker und so weiter und so weiter. Früher hat der Flachsanbau zum täglichen Leben gehört und das Wiese darüber ist ganz verloren gegangen und deswegen habe ich einfach mal gefragt, ob ich das im öffentlichen Garten machen kann, weil ich selber keinen Garten habe und das Interesse von den Leuten ist eigentlich doch ganz groß, also viele lesen nach in der Beschreibung und das ist mir auch wichtig, dass das Wiese nicht verloren geht. Heute wollen wir Kartoffeln ernten und wir hoffen, dass wir was finden. Das Säen und das Anpflanzen und dann wieder auspflanzen und so, das gefällt mir am Gärtnern. Und dass man halt dann vielleicht was mitnehmen kann und so, das gefällt mir hier. Der Mitmachtgarten ist für uns einer der schönsten Orte geworden, den Tag mit den Kindern zu starten. Wir sind super dankbar, den Mitmachtgarten direkt neben uns der Naturgruppe am Stadtrhein zu haben. Ich liebe im Garten zu sein. Ich freue mich, wenn ich Rudi Radieschen sehe. Für unsere Kids ist es ein Abenteuer zu sehen, wie aus einem winzigen Samen ein Radieschen wird. Wie Pflanzen blühen, Früchte tragen oder wie aus den eigenen Tomaten eine leckere Tomatensauce wird. Ich bin gerne im Garten, weil ich mag das halt, wenn ich halt draußen bin bei der Erde und ich finde es halt schön, wenn die Blumen halt wachsen. Ich finde die Tomaten besser im Garten als zu Hause im Kühlschrank. Es ist spannend, den Regenwürmern zuzuschauen, wie sie sich tief in die Erde bohren. Kinder, die anfangs die deutsche Sprache nicht sprachen, konnten ohne Worte direkt dabei sein, mitmachen und und so mit anderen Kindern in Kontakt kommen. Danke für die schöne Zusammenarbeit. Erstbacher Stadt Waldkirch ist ein tolles Projekt von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit dem ganzen Themenkomplex Gärtnern, biologisch nachhaltiges Gärtnern, Klimaschutz und Umweltschutz auseinandersetzen und zwar nicht nur selbst etwas tun, sondern auch andere zum Mitmachen anregen. Und ich glaube in der Kombination ein Vorzeigeprojekt auch in der Region. Die Garteninitiative ist ein wichtiger Projektpartner und Ideengeber für andere Einrichtungen. Ich nenne den benachbarten Naturkindergarten, wo es vielfältige Kooperationen gibt. Es gab den Pizzaofen, die Bastelinitiative zusammen mit dem Jugendforum. Oder jetzt eben auch als weiterer Ideengeber für die Akademie an der Kastelbergschule oder bei der Kita Pfiffikus. So ein bisschen das, was man sich eigentlich wünscht, dass aus einer guten Idee viele weitere gute Ideen werden. Gesunde Ökosysteme erzeugen ein gesundes Klima. Unter diesem Motto haben wir unsere Auszeichnungen gewonnen. Denn je vielfältiger ein Ökosystem ist, umso stabiler und gesünder wird es. Ein wichtiger Schwerpunkt für uns ist der Humusaufbau. Dafür stellen wir Terra Preta her. Was mich ganz besonders begeistert ist, dass wir damit einen Kreislauf schließen, ganz im Sinne der Permakultur. Wir verwenden eigenes Material, Schnittgut oder Küchenabfälle, stellen diese sehr fruchtbare Erde her, geben die auf die Beete und dadurch wächst super gesundes, vitaminreiches Gemüse. Gärtnern war schon immer mein Ding. Ich hatte einen eigenen Garten, aber es war natürlich auch immer ein einsames Werkeln. Ich mache hier im vierten Jahr jetzt mit im Mitmachgarten und was ich besonders toll finde, ist, dass anschließend nach dem Arbeiten zusammen gesellig sitzen, also Gemeinschaft haben, da auch Musik machen, was grillen und das einfach noch den Feierabend genießen. Ich komme besonders gern her, wenn hier gesungen und gelacht wird und Gemeinschaft gefeiert wird, bringe dann Gitarre oder Akkorde mit und musiziere mit den anderen ein bisschen. Für die Zukunft wünsche ich der S-Bauernstadt viele Mithelferinnen und Mithelfer, die mitarbeiten an den einzelnen Projekten, aber auch an der Daueraufgabe des Gartens. Es ist ja nicht nur die Projektarbeit, sondern eben auch, das muss dauernd gepflegt werden und unterhalten werden. Und was ich mir natürlich auch wünsche, dass zu den vielen Projekten noch ganz viele weitere in den nächsten Jahren hinzukommen und wir alle ein bisschen was lernen und auch ein bisschen besser werden, auch in unserem eigenen Verhalten mit Blick auf unsere Umwelt. Komm doch mal zum offenen Gärtnern, meistens freitags. Da kannst du auch einfach mal so unverbindlich mitmachen. Und wenn du neugierig geworden bist, was es sonst noch so gibt in Waldkirch, mach doch mal unseren Geocaching-Pfad zu Klimaschutz und Biodiversität. Und schau mal auf unsere Webseite, klick dich mal durch, da gibt es viel Spannendes. Ciao! Alles Gute für die nächsten zehn Jahre! Tschüss! Tschüss! starring